Fassungsloses Gesicht Ah, ist halt glaub ich schon wieder auf, ne? Ach, Gott sei Dank Hat ja schon wieder aufgehört zu regnen, Gott sei Dank Gibt's hier irgendwo einen Ort, wo du dich sowieso unterstellen? Ach stimmt, dann hätt ich Feuer machen können, ne? Dann hätt ich mir meine Holzbindung nehmen können, dann hätt ich ja Feuer machen können Dann hätt ich ja warten können, dann hätt ich so die Zeit überspringen können, ja? Na okay, jetzt stimmt Das würde gehen Oh, mein Akku ist gleich leer Du bist wohl meine E-Sigarette Aber ich mach nur noch den Tempel, dann mach ich für heute Feierabend Aber wie gesagt, morgen geht's dann weiter Und vielleicht ist morgen sogar auch schon das Masserschwert meins Man geht ja doch mit den Tempeln in einem ganz guten Tempo voran Komm, hoch mit dir Nicht springen Ich springe nicht hoch Es ist verlockend gerade, aber nein, ich springe nicht hoch Komm Komm Da kann ich mich doch ausruhen, hier vorne Komm, 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 komm Nein Ich will jetzt nicht wieder hochklettern Jetzt muss ich da gleich echt einen Ausdauertrank nehmen Da kann ich mich auch nicht ausruhen, obwohl da Da kann ich mich ausruhen Kann ich hier stehen? Nein Oh, Mann, ey Ups, jetzt bin ich gesprungen Oh Oh Ich hab mich jetzt gar nicht Ach Ich hab jetzt gar nicht einen Ausdauertrank, damit ich hochkomme Ich fiel dann nach ganz oben, ey Kletterpartie von einer allgemeinsten Sorte hier gerade Ja, so ein Ausdauerbalkenwerk glaube ich gerade nicht ganz verkehrt So, da füllt's zwar nicht komplett auf, aber ist egal ich komme wenigstens weiter hoch ist aber auch eine ziemlich doge stelle hier kann ich mich da ausruhen sieht gut aus die stelle da kann ich mich aus und das ist flach genug so sind gleich ganz oben gott sei dank es ist nicht mehr weit mein gott ist aber auch hier eine plage rein da ganz oben zu kommen dafür habe ich gleich einen ganz guten ausblick auf die ebene hier kann ich mich hier kurz ausruhen ja ich rutsche runter fick dich doch alter wieso wieso ist jetzt schon wieder runtergerutscht ich verstehe das nicht ne ich schluck aus der hauttränke jetzt ohne ende damit ich komplett nach oben komme ist mir scheißegal weil ich rutsche hier ständig runter gerade da geht ja gar nicht verballer ich zwar alle aber dann mache ich mir neue dann ist gut ich habe nur noch zwei ja ich habe nur noch zwei das wird natürlich dann ganz übel nach oben zu kommen ist das eine plage rein was fuk 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 Ich bin fast ganz oben Ich bin fast ganz oben Es ist wirklich nur noch ein paar Meter Wirklich, jetzt Regen Aber Da ist doch eigentlich trocken hier, ne? Müsste doch eigentlich die trockene Stelle sein Hier müsste doch eigentlich das Feuer funktionieren Ich habe noch nie ein Feuer gemacht Wie geht das? Müsste doch eigentlich ablegen Wie geht das mit dem Feuer machen? Sag mir mal, ich habe das noch nie gemacht Scheiße Das rollt hier runter, das ist ja doofe Das rollt hier runter Wahrscheinlich ein Holzbündel hinlegen Feuerstein in die Nähe Und draufschlagen Äh, warte mal Äh, warte mal Holzbündel in die Hand Feuerstein in die Hand Und dann anzünden Äh, wo habe ich denn meine Feuersteine? Fußnagel brauche ich nicht Bin ich gerade blöd Steinsalz Ich Ach, da ist noch Feuerstein Äh, ich rüste erstmal eine Metallwaffe aus Kann ich gerade nicht So, Metallwaffe Müsste ja das hier reichen Ist eine Metallwaffe Müsste eigentlich als Mein Holzbündel ist runtergefallen Ich kann hier kein Feuer machen Geht nicht Das geht nicht Wie schneller sein Wie meinst du das denn jetzt? Nee Hochkomme ich garantiert gerade nicht Das ist unmöglich gerade hochzukommen Dafür rutsche ich viel zu sehr ab Nee Hinlegen und sofort schlagen Kann ich versuchen, aber ob das klappt Die Hand Wo ist mein Holzbündel? Da Oh, hat auch noch geklappt Bis abends Ah, hat auch geklappt Okay Es hat aufgehört Jetzt komme ich auch nach oben Das muss aber auch wirklich dann sehr schnell gehen Damit das klappt Schau ich das noch? Oh ja, das schau ich Sunakai Schrein Wow, war das jetzt eine Plagerei Hier hochzukommen Also manche Tempel Boah Schreine alter Ist ja der Wahnsinn Oh, TS leer Alle weg Alle und TS weg Ausgeflogen Na, haben 22.53 Uhr auch Drei Stunden und neun Minuten Stream ich hier schon Oh Die Prüfung war es schon Nach oben zu kommen Alles klar Ja, ich höre hier jetzt gleich auf Kleine Wölfel Vielen Dank für den Follower Ein Feuerschwert habe ich bekommen Das Feuerschwert nehme ich mit, Alter Scheiße, dann schmeiße ich irgendwas weg Ey, mir egal Das Feuerschwert nehme ich mit Nehmen wir den mal weg Ah, die welche Lanz kommt weg damit Zack Gucken wir uns mal schnell an Feuer, Schwer Scheiße auf die Waffe, die da liegt Fakt, aber heilig Juhu Wow Edel Richtig edel Du musst fackeln Nicht mit dir rumtragen Meistens gibt es dort Welche du brauchst Ja, okay Ja So Wie viel brauche ich jetzt nochmal Wie viel Bewährungen brauche ich noch Ich habe jetzt Zwei Vier Sechs Acht Neun Herzen Mit einem Ein Haus Was ich schon Zehn Neun Schreine fehlen mir noch Neun Dann habe ich es Kriege ich morgen hin Die kriege ich morgen hin Wenn ich mir nämlich angucke Wenn ich noch die ganzen Türme machen will Ja, die Fakle ist eh gleich hin Dann habe ich gesehen Ja, das stimmt Ähm Das stimmt, das stimmt, das stimmt Stimmt Äh Wenn ich mir gucke Hier die ganzen Gebiete habe ich noch Die ich erkunden muss Da finde ich garantiert Locker Neun Schreine Ganz Ganz locker Und hier Hier sind garantiert Irgendwo noch Schreine versteckt Irgendwo hier Weil das ist viel zu leer Die Ecke Genau wie hier Das hier Das sieht auch viel zu leer aus Da sind bestimmt Irgendwie noch welche Versteckt Naja Äh, wie gesagt Morgen gibt es ja einen längeren Stream Weil meine Frau und mein Kind ja weg sind Ich schätze mal so Gegen 3 Uhr ungefähr Werde ich streamen Weil ich erstmal den PC Ja von meiner Mutter Prüfen muss Woran das liegt Dass dieser PC-Feder Den blauen Touch Ja drin Ich weiß nicht Ob es in der Grafikkarte liegt Das prüfe ich erstmal morgen Wenn ich das fertig habe Werde ich dann so Gegen 3 Uhr ungefähr Streamen Bis dahin soll ich Bestimmt fertig sein Dann geht es endlich Endlich weiter Gut, wo heißt es Endlich weiter Ich habe hier schon 3 Stunden gezockt Also Ich zocke hier Am laufenden Bande Also jeden zweiten Tag Ja momentan Das ist ja Wahnsinn Dazu noch der andere Was war beim anderen Account Warte mal Wie viel hat es da Beim anderen Account Pikmin Äh, ne Du hast nur bei dem Pikmin Jetzt gemacht Aber ich kann doch sehen Wie viel du hast Mit dem anderen Ich kann das Wo war das Quote Nein Extra kurz Counter Wo war das denn jetzt Aber scheiß Ach genau Unter Currency Stand es ja dran Du hast mit dem anderen Du hast mit dem anderen Jetzt musst du erst mal gucken Da ist er Da hast du noch nicht mal eine Stunde geguckt Kollege Da hast du 47 Minuten geguckt Mit dem Account Du kriegst pro Minute Du kriegst ein Coin Also Ja dann kommst du Ungefähr Auf zwölf Stunden Die bis jetzt Zu geguckt hast Ja hast du schon Fast das ganze Let's Play schon Mitverfolgt Ich hab so ungefähr 14-15 Stunden Hab ich ja glaube ich Momentan Vom Spieljahr Und bin da manchmal Jetzt wirklich weit Und dann hast du zwölf Stunden Ja Das ist schon eine Hausnummer Fast das ganze Let's Play Top Stammzuschauer Find ich gut Ja Auf jeden Fall geht es morgen Gegen drei Uhr weiter Ich wünsche euch an der Stelle Eine gute Nacht Ähm Sei kurz nach Du in Kakoriko warst Kauft die Tüte Dutsch Hat mir auch geholfen Ja Auf jeden Fall Ich wünsche euch eine gute Nacht Wir sehen uns am Morgen wieder Gleiche Stelle Gleicher Ort Andere Zeit Bis dahin Tschüss